Miele, die deutsche Firma mit Stammsitz in Gütersloh, hat weltweit einen Namen für Verlässlichkeit und höchste Qualität. Miele erhielt 2015 den renommierten Best Brands Preis in der Kategorie Beste Unternehmensmarke noch vor Audi, Daimler und Bosch. Höchste Ansprüche stellt Miele auch an die Qualität der Projektion von Filmen, Präsentationen und anderen Multimedia Inhalten im firmeneigenen Forum. Ein Veranstaltungssaal für bis zu 400 Gäste. Hier verlässt sich das Unternehmen auf Apps und Projektionstechnologie. Zwei Projektoren der Z-Serie werfen Bilder aus gut 20 Metern Entfernung auf eine Leinwand mit 8 Metern Diagonale. Die pixelgenaue Überlagerung der Bilder sorgt für eine besonders lichtstarke und farbechte Projektion. Die Bedienung ist einfach, über ein Tablet lässt sich die gesamte Saal-Technik intuitiv steuern. Als Schnittstellen stehen sowohl VGA als auch HDMI-Anschlüsse zur Verfügung. Auch im Multimedia-Raum der Miele-Zentrale sind zwei Epson-Beamer der Z-Serie im Einsatz. Anders als im großen Saal können die Geräte hier zwei Leinwände unabhängig voneinander bespielen. So kann zum Beispiel bei Produktpräsentationen zweisprachig projiziert werden. Die Epson-Technologie überzeugt mit einer besonders hohen Lichtausbeute und natürlicher Farbwiedergabe. Epson und Miele, das ist Qualität, die zusammenpasst.